Ich möchte gerne meine Füße im Trockenen haben. Und bei uns in den Niederlanden ist es ja so, dass wir viel Wasser um uns haben. Die Niederlande bestehen zu fast 60 Prozent aus Wasser, liegen unter dem Meeresspiegel. Und hier stehe ich auf einem Stück Land in Amersfoort, da wohne ich. Geboren bin ich hier nicht, ich bin hierher gezogen, es wäre schön, wenn ich hier mal sterbe. Ich nutze das Land für den Eigenbedarf. Mir gehört das hier. Meine Eltern haben mir das Grundstück überlassen. Dieses Land ist sehr wichtig für mich, weil ich damit meine Familie ernähren kann. Wir sind hier mitten in Nürnberg und wir sind hier im Bratwursthäusle im Zentrum der Stadt Nürnberg. Hier zahlen wir natürlich eine kleine Pacht, eine kleine Entschädigung, um hier mitten im Zentrum unsere Gäste zu bewirtschaften. Wir stellen hier in Nürnberg im Jahr etwa 1,3 Milliarden Bratwurstchen her. Alle so kleine Bratwurstchen, wenn man die aneinander reiht, ist das dreieinhalb Mal um die Erde. Alle so kleine Bratwurstchen, wenn man die Bratwurstchen hat, ist das dreieinhalb Mal um die Erde.